so hallo herzlich willkommen für diejenigen die es nicht im stream gesehen haben und jetzt einfach dabei sind wir spielen weiter im symbol we park also für die wir haben es ja guck mich nicht so vorwurfsvoll an du darfst mir das auch durch die gegend laufen beim letzten mal haben wir es geschafft hier hinzukommen wir haben ja die karte und haben uns damit freigespielt und konnten halt loslegen das also sprich wirklich einmal der hob eumel danke fürs hosten vielen lieben dank da freue ich mich drüber dass du das machst klasse ja also wir haben es geschafft hier mehrere neue orte die verlassene fabrik den alten zirkus und das hotel und wir könnten natürlich auch zur zum quick pal und wieder zurück hier ist die hauptstraße die brücke wo wir waren der friedhof am friedhof waren wir schon mal am friedhof nein aber gut wir sind im hotel und ich muss gestehen ist es war gar nicht mehr so viel unterschied dazwischen aber ich müsste mir das notizbuch noch mal angucken also aufgabe wir müssen die mordwaffe finden wir müssen fingerabdrücke von der mordwaffe nehmen wir brauchen eine analyse des fingertrons dafür haben wir brauchen wir also die mordwaffe und das buch von allen leuten haben wir finde die papiere der leiche im hotel das könnten wir jetzt gut tun jetzt die frage wer von uns hat diese hotelkarte also genau sei episch und wir gehen jetzt mal in das hotelzimmer und versuchen da was zu finden ich muss immer mal wieder checken ob die aufnahme zwischendurch nicht ihr investigatet in here too i wouldn't go in there if i were you what do you mean why shouldn't i go in because you're probably superstitious and would believe all that claptrap about paranormal activity in the hotel how serious are the reports should i be worried uh given that there's no such thing as goes you'll be fine what are you doing here wow chuck's brother franklin went missing a few weeks ago is he the body by the bridge nope but this report is no says there's something odd about the whole thing i'm working up a story but the only lead i have is someone what's which is like a few weeks ago he was seen around the lobby area then he just vanished big day today i'm meeting some promising investors i know they'll believe in my plan to turn the dying pillow factory into a highly profitable stuffed toy factory it can't fail just gotta check into a room without chuck knowing about it he has eyes and years everywhere all needed disguise also need to copy this prospectus so i can give it to the investors and keep my copy chuck wouldn't know a good idea that hit him stuffed toys of the future what luck finding some investors better get ready for them gut dann wir haben hier also kisten prototypen there are some coins at the bottom what a waste of money could be headless gold panning could be headless gold panning wow naja gut kann man telefon wir könnten irgendwen anrufen naja gut wir müssen ein zimmer haben vielleicht nehmen wir das mal i don't feel like cleaning up after hotel guests right now hello hello i guess you can't hear me kann ich die okay das sieht nach einer ganz klassischen verkleidung aus muss man mal gucken wie kriegen wir den an ich muss mir das angucken damit so nicht mehr verkleidet dich check ins hotelzimmer ein besorge dir ein duplikat des verkaufsprojekts nutzen wir mal ein ghettoblaster dann geht er aus hier habe ich schon redet und was das jacket you're wearing the latest and greatest jacket it zips in the front don't most jackets do that you're too old to understand what's on your face they're the latest and greatest nose glasses from the jason the news guy adventure game from mucus phlegm games with these on no one knows who i am what's on your feet the latest and greatest reeboks oh god what if i said you didn't have the latest and greatest stuff like barf me out all my stuff is totally the latest and the greatest i'm not risking my reputation by getting anything that's not like the latest and greatest okay das wird irgendwie die möglichkeit sein das zu bekommen wir probieren dass man ob wir blösten können ist oh ja Aha, wir müssen also irgendwie das rausbekommen. Okay, also ausprobieren. Ich skippe mal die Stimmat von Dialog. Den funkigen Freund. Hip, hip, irre. Okay, was ist das? Die coolen Typen. Okay, wir brauchen also einen coolen Typ. MTV könnte sein. Nee, das zu früh. Also 87 war garantiert nix mit Oh My God und YOLO. Katzen ist zu alt, vermute ich. Richtig beißt du mich, wie ein Palantinier-Nest klingt eher nach Neuzeit. Ich probiere es mal, was heute strahlt. Okay, also. Wir brauchen den coolen Typen, der schon aus MTV war. Und probieren wir das. Okay. Nee, Teddy, gehen wir dem wahrscheinlich besser nicht. Gucken wir mal. Oh, ein Manager-Regen. Ich frage ihn mal noch mal. Gucken wir mal, ne? Do you have photocopying here? But of course we do, Abu. What would you like to photocopy? Okay, probieren wir mal. Das ist all I need. I'll be back in a jiffy, Abu. One task done. Now I should check into a room. It's still showing December 1986. I guess they couldn't afford a new one for 1987. Gut, also, aber wenn ich jetzt ein Zimmer miete... I'm not thirsty. Kann ich die nicht auch machen? It's locked. Okay, dann geht's da nicht rein. Fahren wir mal eine Etage hoch und gucken mal, wie es so aussieht. Vielleicht finden wir da irgendwo was. Weil ich... Geh mal davon aus. Die sind wahrscheinlich alle zu, ne? Okay, ähm... Ich brauche ja die... Die Brille, von dem werde ich ja brauchen. Ich werde die Brille brauchen, um verkleidet ein Hotelzimmer zu mieten. Kann natürlich jetzt auch völlig Banane sein, was ich hier tue, ne? Dass ich zu jedem blöden Etage... Hm, vielleicht gibt's irgendwo was anderes. Weil ich jetzt ein Hotelzimmer miete... Dann weiß der das doch. The doors are closed. Ja, ist die Tür. Also, ich fahr mal nach hier oben. Oh. Mal gucken, wo es uns dahin verschleicht. Ist da... Nee, hier geht's auch nicht. Öffne. Gucken wir das auch mal. I can't open that. Na gut, dann nicht. Hm. The doors are closed. Vielleicht... Ich probiere einfach mal, ob ich das Zimmer einfach so mieten kann. Vielleicht geht das ja so. Zack, der ist kaputt. It's still showing December 1986. I guess they couldn't afford a new one for 1987. Hello, Mr. Edmund. What can I do for you, sir? I'd like a private hotel room. What do you want a hotel room for, Mr. Edmund de Boo? To, um, none of your business. I don't know why you'd want a room when Chuckaboo always has plenty of space for you in his penthouse suite. Oh, yeah. I guess so. How else may I be a Boo of service? Okay. Okay. Ich bin... Hm, I'm going to go now. You didn't see me. Have a nice evening. I can talk to him like this. I have to put on a disguise to fool Chuckaboo. Jaja, was hab ich schon verstanden? Nein, was? Ich geb' dem einfach mal so Teddybär. Hey, dude, what's your damage? Um, give him doch mal den blonde Teddybär. Dude, check out this rad new Pillowbär. It's righteous. Big time righteous. I'll do you a favor and trade you. You'd do that for me? Oh, sick. What do you want to trade? I'll trade you the bear for your glasses. No faking. Gag me. Your glasses totally make you look like a dweeb. No, duh. Eh, take the glasses then. Quick, before anyone notices I have them. First, here's my used gum for your collection. Uh, I don't have a gum collection. Never mind that. Now give me that bear, so I'll rock it out. Sure. Or, do you, dude? Or, gnarlicious. Or, I can't keep this up. Let's get this over with. Here it is. Sweet! You're ace. Here, dude. Okay. Oh, der nimmt den Ghetto Blaster nicht. Dann nehme ich den Ghetto Blaster. It only plays that one song, and I've already heard enough of that. Okay, dann haben wir ja die Brille. Dann nutzen wir die Brille. Nobody can recognize me now with this foolproof disguise. Ja, die ewig gleiche und total gut organisierte Sache. So. Dann reden wir doch mal mit dem Manager. Welcome to the Edmund Hotel. Most beautiful Hotel Abu in the Tri-Thimbleweed Park County Area. How may I be Abu of Service? I'd like to check in. Okay, sir. What's your name, Abu, for the booking? Ja. Ja. Wen nehmen wir denn George Michael? Of course, Mr. Michael. We have a lovely suite, Abu, for you on the ninth floor. Your suite has been fitted with the new state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000. It's such new technology, Abu, that we're still fitting out the rooms on the tenth floor. How else may I be Abu of Service? Is there any surveillance in the hotel? No, certainly not, Mr. Michael. Oh, we have our state-of-the-art Abu Hotel Tron 3000 system, which creates a VHS video of your entire stay with us. Sounds like surveillance to me. How much, you ask? For just $19.99, you get a unique record of your trip highlights to share with friends, Abu, back home. It's such a new system that we're still installing it on the tenth Abu floor. Since you won't want to miss a second of your amazing Abu's stay here, we recommend that guests do not visit the tenth floor. Na gut, ähm... I want to look at my, I mean, your beautiful lobby. Goodbye, have a nice evening. Jetzt brauche ich ja nur in das Hotelzimmer, aber... Das ist ja spannend. Ach nee, ich suche ja auch jemanden anders, glaube ich, ne? Ich fahre direkt mal in den zehnten, ich weiß, dass wir in den neunten müssten, aber ich fahre mal in den zehnten Floor, um einfach mal zu gucken. Dann nehmen wir doch mal das Foto eines Zimmers. Oh, kann man in die Zimmer rein? Geil, wir müssen lichten hier sonst was auch rum. Hab Telefonbuch, brauche ich ja jetzt nicht. Radio... Ja, dann mach doch mal einen Fernseher. So, machen wir, ich kipp den hier. Radio an, ein bisschen Action hier. Ja, dann nehmen wir das einfach mal. Dann kann ich nämlich auch das Toilet... Warum denn? Naja, ich glaube, das Wichtige habe ich von hier. Dann fahre ich mal in den neunten Floor. Entschuldigung. Das ist ein bisschen hier rumhampel. So, und... Warte, welches Zimmer haben wir? 0,07... Skimmer, wahrscheinlich 0,06, 0,07... Nutzer, äh, ja... Nutzer, Schlüsselkarte für Hotels. Hä? Was ist das? Ja, nur auf Mittagern. Ja, ich bin fast bereit für unsere Begründung. Ich habe nur noch ein paar mehr Sachen zu Ende. Ich werde dich zurückkommen, wenn ich bereit bin. Was ist das Monströsische? Ein Hoteltron. Chuck muss sie haben installiert recently. Ja, dann haben wir doch erstmal, machen wir mal das Bett. Zieh, zieh, dick. Drücken. Hm. Was ist das denn da? Oh. Nehmen wir das mal, vielleicht ist es irgendwie wichtig. Der Kaugummi wird irgendwie wichtig sein. Naja gut, warte mal, ich könnte ja... Nutze... Naja gut, dann nehmen wir den Knie mal, benutze Kaugummi. Ich benutze Kaugummi mit Hotel Tron, dann benutzen wir... Ja, scheinbar. Dann machen wir das doch mal. Dann benutzen wir direkt das Tele... Hä? Hä? Ja, dann sind wir... ...gespannt, wie das Meeting verläuft. Oh. 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 Oh, oh. Oh. das kann natürlich sein genau, was macht die hier? ein Pseudonym? was war es? all I could find out is that a man with a large nose was seen around the same time as Franklin and? that man checked in under the name George Michael so it may not have been Chuck's brother what room did the man with the large nose check into? it was a room on the ninth floor I couldn't find out anything more without a shiny official badge like you have why is it so hard to get information from you? let's call it a job interview as I've said I need good reporters so I don't have to run all over the county I don't have time to be a newspaper reporter fair enough but you know where to find me na gut ähm dann gehen wir mal thanks for all the information see you later if you find out anything publishable stop by the nickel they'll let me know auf jeden Fall so ähm ich mach aber gerade bevor wir uns jetzt auf den Weg machen hier hin einen kurzen Cut für diejenigen die das so zuschauen und ähm 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 sag vielen lieben Dank für die Video zur Schau dass ihr euch das Video angeguckt habt und äh ich hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht ähm so ciao bis zum nächsten Video